hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft ja liebe freunde letzten folge waren wir mehr oder weniger auf futtersuche und haben uns für diese folge vorgenommen ein weizenfeld anzulegen damit wir keine probleme mehr haben werden mit hunger und das machen wir jetzt mal so schauen wir mal tag oder nacht ist es ist tag sehr gut wo steht die sonne die geht gerade auf und da ist ein creeper im wasser ich weiß nicht ob ihr den gesehen habt du komm komm creepy kann der explodieren im wasser der ist erledigt so wo haben wir hier haben wir alles frei geräumt ich würde sagen scheiße brauchen wir auch einmal wasser einmal ja uns wird nichts anderes übrig bleiben als uns tatsächlich straight nach unten zu buddeln dazu machen wir uns noch mal ein paar fackeln so du kommst hierhin und so das haben wir 65 fackeln und ja das nützt nichts leute wir müssen auf jeden fall uns eisen anschaffen um dann auch vielleicht früher oder später rüstung zu machen so weiter geht es nach unten ich sehe es jetzt schon kommen wir werden schnurstracks in die lava fallen so also ich weiß nicht ganz viele let's player verhindern ja das strip mining ich werde es aber einfach mal machen weil das ist für mich die schnellste methode ansonsten anstatt hier meilenweit durch die gegend zu latschen so bevor es laber kommt fangen wir mal an hier wo das strip mining ist natürlich auch sehr sehr langweilig obwohl ja das ist eigentlich bullshit was ich gerade gelabert habe ich kann besser durch die gegend laufen und dementsprechend höhlen suchen als hier straight nur geradeaus zu buddeln ich finde auch gerade gar nichts hier ist noch mal kohle das nehmen wir uns noch mal mit so das hacken wir uns mal ganz kurz vor der wand so und da noch was und da noch was kohle können wir nie genug haben das haben wir in der vergangenheit aus anderen let's place schon gesehen das wird irgendwann mal mangelware da ist noch kohle überall kohle so aber das reicht jetzt erstmal wir machen das wir machen das jetzt doch auf die höhlensuche gehen wir haben ja auch eine schlucht gefunden da packen wir mal dieses komische zeug diurid ich habe keinen plan was das alles ist das ist für mich vollkommen neu so und dann hier so so und wir brauchen noch mehr da noch mal ein paar steine noch nicht oben so dann laufen wir noch mal da hinten hin weil da haben wir eine art schlucht entdeckt und hoffen mal dass wir da auf eisen treffen ach ja was ist da ein kleiner tümpel und so viele pferdchen hier aber das nervt total dass die welt völlig überspawnd ist mit pferden braucht kein mensch muss auch nicht sein wenn sie wenigstens fleisch geben würden dann würde ich ja sagen hey wie geil ist das denn aber so ne ok das ist ein no go so die schweinchen die nehmen wir uns nochmal mit hier jetzt hätte ich fast ein hesschen gekillt ich weiß gar nicht ausprobieren würde ich das gerne mal ob die auch äh fleisch geben ich kann es mir aber kaum vorstellen aber ich probiere es aus bleib stehen wie das weg gehüpft ist habt ihr das hehehe komm kraft es mich an nein ist tot nein es droppt nichts gut dann geht es weiter Richtung schlucht wenn wir die überhaupt wiederfinden sooo mein orientierungssinn ist nämlich gleich null ein paar schafe nochmal killen die geben ja hammelfleisch wie wir gesehen haben oh guckt euch das an da den berg wisst ihr was scheiß auf die schlucht wir laufen mal zu dem berg da wird es doch bestimmt eisen geben soll man ein bisschen hammelfleisch einsammeln so wir dürfen nicht alle schafe killen weil wenn wir uns mal eine farm machen wollen dann muss dementsprechend auch noch scharf da sein um sie zu vermehren oh jetzt ist unser nachbar unten am trimmern ich weiß nicht ob ihr das hört in der aufnahme also ich höre sehr gut dann müssen wir jetzt aber durch ich will deswegen jetzt nicht die aufnahme beenden da wäre auch nichts von die sooo und noch ein schweinchen so hier muss doch irgendwo im gemäuer ein wenig eisen für uns sein und wenn wir die ganze night danach suchen nur kohle 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 ist das eine höhle bitte lass das eine höhle sein eine höhle die hier endet. Oh, nee, oh nee. Wollen wir mal gucken, ob wir uns da irgendwo durchbuddeln können. Ja, können wir. Oh, das ist gut. Mal ein paar Facken setzen, damit ihr auch was seht. Oh, das ist gut. Hier gibt es doch bestimmt Eisen. Hier noch nicht. Aber Kohl ist hier wieder wie Sau. Hier geht es doch bestimmt irgendwo weiter. Komm, Eisen. Eisen. Du willst mich doch auch. Das gibt es doch nicht. Oh, ist die scheiß Spitzhacke auch noch kaputt. Müssen wir uns halt eine neue machen. So, neue Crafting Table. Door. Und Sticks haben wir keine mehr. So. Oh, geht mir der mit seinem scheiß Trimmer hier auf den Sack. Oh, da müssen die abends um 5 Uhr mit anfangen. Ich verstehe es nicht. Hier ist nix wo Eisen. Nee, hier wollen wir nicht weiter. Dann müssen wir hier wieder hoch. Das nützt alles nichts. Komm. Dann nehmen wir uns die Kohle hier nochmal mit. Vielleicht verbirgt sich da drunter ja noch ein bisschen Eisen. Aber das bezweifle ich. So. Ganz viel Kohle. Oh, Mensch. Ich brauche Eisen. Dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Ach, steh. Komm, scheiß auf die Kohle. Ich brauche Eisen. Das müssen wir jetzt als erstes finden. Kohle können wir immer noch. Habt ihr da gesehen? Die, der ganze Berg, der saß drunter. Und außerdem darf ich auch nicht vergessen, wo ich langen muss. Da ist ein Dschungelbio. Das ist gut zu wissen. Trotzdem brauche ich Eisen. Und irgendwie nervt mich das gerade ein wenig. Dass wir hier kein Eisen finden. Wir hätten doch zur Schlucht gehen sollen. Die wir in der ersten Folge schon gesehen haben. Da sind immer ein paar Kühe. Das haben wir, glaube ich, vom Weiten gesehen. Ich glaube, wir haben uns schon wieder vollkommen verlaufen. Da sind immer ein paar Schweine. Hier ist nix mehr. Ich glaube, diese Richtung. Ich hoffe, diese Richtung. Ich muss mir mal... irgendwie ne Markierung und ne Map brauche ich. Ich brauche definitiv ne Map. Dann kann ich mich viel besser orientieren. Hier ist nochmal ne Höhle. Bitte sei ne Höhle. Das sieht noch gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ja, und da haben wir den ersten Eisen. Das erste Eisen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh Gott sei gedankt. Gib mir dein Eisen. Oh. Sehr schön. Wir brauchen noch mehr Eisen. Ja. Du bist erledigt. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Mal ein paar Fackeln da lassen. Da geht's noch hoch. So. Da Eisen. Da Eisen. Sehr schön. Oh, das läuft ja. Da Eisen. Das läuft ja, liebe Freunde. Oh, dafür brauchen wir noch jede Menge. So, weiter geht's. Auch mal an den Decken schauen. Dann wollen wir hier mal hoch. Ja. Da geht's wieder raus. Das war's schon, oder wie? Ja, das war's schon. Aber das ist egal. Wir haben, glaube ich, acht Eisen. Damit können wir uns schon mal einigermaßen helfen. So. So. Schweinchen. Oh, hier spawnen schon die ersten Mobs. Schnell was schmacken fatzen. So, und weiter geht's. Ich glaube, wir müssen da hin. So. Oh, da ist ein Fackel. Und ein Creeper. Den... Ach, nee, keine Fackel. Lava. Aber da sind wir doch dran vorbeigekommen. An dem Lava-See sind wir vorbeigekommen. Dann sind wir, glaube ich, richtig hier. Explodier du nur. Wir sind falsch. Wir müssen... Ah, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Da hinten leuchtet noch was. Da ist es. Ja, das Feuer haben wir auch gesehen. Ich will mal sehen, dass ich in der nächsten Folge mir irgendwie eine Map... Also das muss ich nochmal offscreen machen. Mal schauen, ob ich uns eine Map anlachen kann hier. Weil so geht das ja nicht weiter. Komm, weiter, 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 weiter. Wir müssen zu unserem Bettchen. Irgendwo muss unser Holzklotz doch zu sehen sein. Habe ich ihn in die Fackel gesetzt? Zufällig? Warum? Lava. Ah. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich sehe den Holzklotz. Das ist nicht der scheiß Holzklotz. Das war nur ein... ...ne Dirtwand. Da, da! Ja, unser Holzklotz! Wuhu! So wollen wir das sehen. So wollen wir das sehen. Schnell Rinder. Wir können jetzt nämlich aus dem Eisen jetzt gleich eine Spitzhacke machen und einen Eimer. Und dann können wir mal anfangen mit dem, was wir wollten. Aber erstmal gehen wir pennen. So. Sehr schön. Jetzt dürfte es Torque sein. 14 Eisen haben wir. Oh, herrlich. So. Und das, was ich jetzt mal machen werde. Äh. Ja. Ja, ein Holz brauchen wir. So. Wir bauen uns mal ganz kurz mit dem Koppel hoch. Und ich werde jetzt hier in die Mitte einen Aussichtsturm basteln. Damit wir unser Zuhause auch schneller wiederfinden. Das wird erstmal provisorisch äh. Gemacht. So. Wie sneakt man auch noch? Das habe ich vergessen. So nicht. Nein. Äh. Oh Gott. Das habe ich echt vergessen. Ah. Ups. So. Das wollen wir natürlich. So. So. Und so. Da muss auch noch einer hin. Jetzt müssen wir uns den Fackel nehmen und leuchten das hier oben mal aus. So. Und dann muss das ab und das ab und das geht nicht. So. Das wusste ich, das überleben. Das soll erst mal rein provisorisch. Das, dieses eklige Zeug mache ich natürlich nachher wieder weg. Was heißt nachher? Irgendwann später mal. Äh. Dass wir erstmal was haben, um unser Zuhause leichter wiederzufinden. So. Dann wollen wir uns mal einen Eimer machen. So. So. Der ging, glaube ich. So. Genau. Und dann eine unendliche Wasserquelle. Das habe ich auch aus dem Let's Play. Ja, ich weiß, ich sage jetzt, Matze, was bist du für ein Noob? Das weiß doch jedes Kind. Ja, aber ich habe es halt noch nicht so oft gespielt. Das, denn ist das eben so. Eine Ho-Wolt muss noch machen. So, die reicht aus Stein. So. Und die Tür schließen. Und dann machen wir uns mal hier. Ja, hier ist eine gute Stelle. Ach, wir brauchen uns gar keine unendliche Wasserquelle machen. Quatsch. Ups. Hier kommt Wasser rein. und dann, glaube ich, neun nach jeder Seite hin versorgt dann das Feld. Ich weiß es nicht genau, aber wir haben eh keine neun. Wir machen halt das, was uns zur Verfügung steht. So. Und so noch. Das ist erstmal alles provotorisch. Wir sind am Anfang und das wird sich alles noch ausweiten und vernünftig gemacht. Ne? Wir müssen erstmal vernünftig viel Ressourcen sammeln und uns vernünftig equippen. Das kommt alles noch, liebe Freunde. Ich mach mir da jetzt keinen Stress. Ich glaub, bis hier reicht das Wasser nicht mehr. Ne. Bis so hin nicht mehr. Aber so viel, so viel Weizen brauchen wir auch ja gar nicht. So. So. Wir sind auch schon wieder bei 18,5 Minuten. Aber wir, ich hab heute schon ja nichts geschafft. Darum. Und ich hab euch in der letzten Folge gesagt, ich werde definitiv das Weizen mal kurz anfangen. Und das mach ich hiermit. So. Weizen. Da. Über Weizen. So. Ach, kurz kratzen. Na, sie juckt. Das sieht doch schön aus. Ich glaube, es ist nur vier zu jeder Seite, so wie es aussieht. Aber das ist ja auch gut. Wir können auch ja noch weiter Wasser setzen, ist ja kein Problem. So. Hier überall geht's noch, ja. So viel haben wir gar nicht mehr. Neun nur noch. Und dann würde ich sagen, langt das auch. Und da noch einen hin. So. Mal kurz unser, kurz unser Weizenfeld betrachten. Ja, kann man mit leben fürs Erste. Naja, liebe Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ich esse noch mal ganz kurz was, während ich esse. Möchte mich dafür bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo. Würde mich sehr freuen darüber. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü